Mit Julius Koller zeigen wir im Museum einen Künstler, der ganz wichtige Fragen für die Gegenwart stellt. Julius war ein Künstler, der aus Bratislava kommt, in den 60er, 70er und 80er Jahren gearbeitet hat, aber die Fragen, die er stellt, sind für viele Kuratoren und für viele Künstler und Künstlerinnen in der Gegenwart wichtig. Wir leben doch alle unter einem Fragezeichen. Das Fragezeichen ist ein ganz großes Symbol von Julius. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir können eine Frage stellen. Was er mit den Künstler und der Künstler? Er war ein anderes Problem für die Art, ein anderes Problem für die Kommunalität. Er war mit amativen Artisten, und ein nicht-hierarchische Kommunikation mit Menschen. Das ist die actualität dieser Show, die und erzeugen Möglichkeiten für die Verkaufnahme, die nicht korrupten sind, die nicht mit Ideologien verbunden sind und überwinden die Kraftsysteme. Bis zum nächsten Mal.